Braunschweig ist eine Großstadt im Südosten des Landes Niedersachsen. Mit 252.768 Einwohnern ist sie nach Hannover die zweitgrößte Stadt Niedersachsens. Die kreisfreie Stadt bildet mit den Städten Salzgitter und Wolfsburg eines der neuen Oberzentren des Landes. Sie ist Teil der im Jahr 2005 gegründeten Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg. Im Großraum Braunschweig wohnen rund eine Million Menschen. Braunschweigs Ursprünge gehen bis in das frühe 9. Jahrhundert zurück. Insbesondere durch Heinrich den Löwen entwickelte sich die Stadt schnell zu einer mächtigen und einflussreichen Handelsmetropole, die ab Mitte des 13. Jahrhunderts der Hanse angehörte. Braunschweig war Hauptstadt des gleichnamigen Landes bis dieses 1946 im neu geschaffenen Land Niedersachsen aufging. Braunschweig war bis 1978 Sitz eines Verwaltungsbezirkes zwischen 1978 und 2004 eines Regierungsbezirkes. Dieser wurde danach durch eine Regierungsvertretung und 2014 durch die heutigen Regionalbeauftragten für Südost-Niedersachsen ersetzt. Heute ist die Region Braunschweig ein bedeutender europäischer Standort für Wissenschaft und Forschung. Innerhalb der Europäischen Union ist Braunschweig seit 2007 die intensivste Region in Bezug auf Forschung und Entwicklung. So liegen die 15 führenden EU-Regionen bezüglich der Ausgaben für Forschung und Entwicklung als Anteil am Bruttoinlandsprodukt über dem durch die Lissabon-Strategie vorgegebenen Zielwert von 3%. Lediglich drei dieser 15 Regionen übertreffen 5% allen voran Braunschweig mit 5,83%, gefolgt von Westschweden mit 5,40% und Stuttgart mit 5,37%. Der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft verlieh Braunschweig für das Jahr 2007 den Titel Stadt der Wissenschaft, Geografie. Braunschweig liegt im norddeutschen Tiefland auf der Trennlinie zwischen den Lössbörden des nördlichen Harzvorlands und den im Nordteil der Stadt beginnenden Geestplatten. Im Detail treffen auf dem Gebiet der Kernstadt vier Naturräume aufeinander. Das südöstlich gelegene ostbraunschweigische Hügelland, die sich nach Südwesten erstreckende Braunschweig-Hildesheimer-Lösbörde, die nordwestlich liegenden Burgdorf-Peiner-Gestplatten und das sich nordöstlich Richtung Wolfsburg ausbreitende ostbraunschweigische Flachland. Die in Süd-Nordrichtung verlaufende Ucker bildet mit dem Börs um Braunschweiger Uckertal und den zum Teil brüchigen, ehemals sumpfigen Böden eine naturräumliche Grenze. Der Fluss wird im Süden durch ein Wehr gestaut und umfließt den Stadtkern westlich und östlich in zwei Umflutgräben, die zur besseren Verteidigung im Mittelalter angelegt wurden und sich im Nordwesten der Stadt wieder vereinigen. Durch zwei weitere Wehre wird der Wasserstand im Stadtgebiet reguliert. Weitere Gewässer sind die Wabe und die Mittelriede, die in Braunschweig in die Schunter münden. Das Stadtgebiet erstreckt sich über eine Fläche von 192 Quadratkilometer, umschlossen von einer Stadtgrenze mit einer Länge von 98 Kilometer. Die Nord-Süd-Ausdehnung beträgt 19,1 Kilometer und die West-Ost-Ausdehnung 15,7 Kilometer. Das innere Stadtgebiet befindet sich auf einer mittleren Höhe von 70 Meter über Normal-Null. Die höchste Erhebung bildet der Guide Elderberg mit einer Höhe von 111 Meter über Normal-Null. Die tiefste Stelle ist eine alte OK-Schleife mit 62 Meter über NN im Nordwesten. Im Urzeigersinn beginnend im Nordosten grenzen folgende Gemeinden an Braunschweig, Lehre, Kremlingern, Siegde und Wolfenbüttel, Salzgitter, Wechelde und Wenteburg sowie Schwülpa, Vordorf und Meine. Sternchen Entfernungen sind gerundete Straßenkilometer bis zum Ortszentrum. Das Stadtgebiet wurde ab November 1981 gemäß der damals geltenden niedersächsischen Gemeindeordnung in 22 Stadtbezirke eingeteilt. Deren Zahl reduzierte sich nach 10 Jahren auf 21, nach weiteren 10 Jahren auf 20 und erneut nach 10 Jahren auf 19. In Folge einer Neuordnung der niedersächsischen Landtagswahlkreise aus deren Wahlkreisnummer die erste Ziffer der Stadtbezirksnummer abgeleitet wird, erfolgte außerdem eine Änderung der amtlichen Stadtbezirksnummern, die aktuell 19 Stadtbezirke sind. Für jeden Stadtbezirk ist ein Stadtbezirksrat gewählt mit einer in der städtischen Hauptsatzung festgelegten Zahl von, je nach Einwohnerzahl, mindestens 7 und höchstens 19 Mitgliedern, die aus ihrer Mitte als Vorsitzenden jeweils einen Bezirksbürgermeister und dessen Stellvertretung gewählt haben. Neben der allgemeinen Vertretung der Interessen ihres jeweiligen Stadtteils und der Förderung derer positiven Entwicklung innerhalb der Braunschweiger Gesamtstadt gehören zum Aufgabenbereich der Stadtbezirksräte Entscheidungen über die ihnen durch das niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz und die Hauptsatzung zugewiesenen Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises und über Bürgerbefragungen im Stadtbezirk. Außerdem haben die Stadtbezirksräte das Recht, zur Bauleitplanung sowie zu weiteren Fragen des eigenen und übertragenen Wirkungskreises vor Beschlussfassungen des Rates und des Verwaltungsausschusses angehört zu werden, durch den Hauptverwaltungsbeamten durchzuführende Einwohnerversammlungen zu verlangen, Vorschläge zu unterbreiten, Anregungen zu geben und Bedenken zu äußern. Für die Stimmabgabe bei politischen Wahlen ist die Stadt in 169 allgemeine Wahlbezirke und 36 Briefwahlbezirke eingeteilt. Bei Kommunalwahlen besteht das Wahlgebiet für die Wahl der Stadtbezirksräte aus dem Gebiet des jeweiligen Stadtbezirks, für die Wahl der Vertretung und die Direktwahl des Hauptverwaltungsbeamten aus dem gesamten Stadtgebiet, das dabei in acht Wahlbereiche gegliedert ist. Die Gemeindewahlbereiche sind, bei Landtagswahlen in Niedersachsen ist das Stadtgebiet in die drei Landtagswahlkreise Braunschweig-Nord, Braunschweig-Süd und Braunschweig-West gegliedert mit der Besonderheit, dass zum Wahlkreis Braunschweig-Süd die im Landkreis Peine liegende Gemeinde Wechelde gehört. Bei Bundestagswahlen ist der Bundestagswahlkreis Braunschweig deckungsgleich mit dem Stadtgebiet, das ebenso bei Europawahlen nicht weiter unterteilt ist jeweils bis auf die Einteilung in Wahlbezirke für die Stimmabgabe. Für statistische Zwecke ist das Stadtgebiet Braunschweig in insgesamt 74 statistische Bezirke eingeteilt, die fortlaufend nummeriert sind und meist historische Namen tragen. Die größten statistischen Bezirke sind von der Einwohnerzahl her 08 Prinzenpark mit 13.802 Einwohnern, flächenmäßig 66 Hondelage mit 861,8 Hektar. Die kleinsten Bezirke sind 50 Naturschutzgebiete mit 27 Einwohnern und 04 Hoheturm mit 34,4 Hektar. Die Stadt Braunschweig liegt im Übergangsbereich vom maritimen Klima im Westen und kontinentalem Klima im Osten. Dazu ist die Nähe zur Nordsee ein entscheidender Klimafaktor. Die mittlere Jahrestemperatur beträgt 8,8 Grad Celsius pro Jahr fallen etwa 600 bis 650 Millimeter Niederschlag. Die mittlere Temperatur im Juli beträgt 17,5 Grad Celsius, im Januar 0,2 Grad Celsius. Zum Teil wird von der Bevölkerung noch das Brunswicker Blatt gesprochen, das eine regionale Variante des offiziell als ostfälisch benannten Dialektes des Niedersächsischen ist. Das mundartlich gefärbte Hochdeutsch der Braunschweiger Region wird Braunschweigisch genannt und zeichnet sich besonders durch das klare A aus. Allgemein gilt das in der Region Braunschweig-Zelle-Hannover-gesprochene Hochdeutsch als bundesweit am reinsten. Trotzdem gibt es viele lautliche Eigenheiten, die das Braunschweigische zu einer eigenständigen Mundart haben werden lassen. So spricht man z.b. von Tisch, Fisch und von Körache, Höasch oder Köaschen. Gemeint sind Tisch, Fisch, Kirche, Hirsch und Kirschen. Ebenso sprechen Braunschweiger von Gocke, Kortz, Kovey, Bock, Wurst. Die irreführende hochdeutsche Form Braunschweig des Stadtnamens Brunswick ist erstmals 1573 belegt und hat sich im 19. 20. Jahrhundert auch umgangssprachlich verbreitet. International hat sich weiterhin auch die historische Form Brunswick in Schreibung mit mittelniederdeutschem Dehnungszeh erhalten. www.gocke.de